Die allerbeste Sebastian-Winkler-Show Nicht live aus dem ausrangierten Studio 4C Sie ist die allertaffste Sexkennerin Deutschlands, hier ist Paula Lambert Der wievielte Mann wähle ich jetzt in deinem Bett? Äh, fuf! Ich bin Schriftstellerin und Sexkolumnistin für die GQ Ich habe zwei Bücher geschrieben, das eine heißt Keine Panik, ich will nur Sex Das zweite heißt eine Frau mit Penetrationshintergrund Man kann es natürlich auch zum Nuckeln benutzen Zum Nuckeln benutzen Du hast eine funky Jazzband, eine Funk Jazzband, Leather Report Leather Report Und da cover dir Hit Me Baby One More Time Ja, ich will jetzt nicht zu viel der Lorbeeren nehmen, weil die haben mich gebeten dazu zu kommen Sehr netterweise, weil ich so lustig bin im Proberaum und ja Aber du kannst ja schön singen und davon könnt ihr euch jetzt überzeugen Showlicht, Paula? Wir singen Hit Me Baby One More Time, passend zum heutigen Thema Max das Mikrofon auf dem Ständer oder in der Hand? Witzig Danke Sollten wir schon mal anfangen? Bitte schön Das ist ein bisschen tief, aber gut Oh Baby, Baby, I shouldn't have let you go Oh Baby, Baby, I shouldn't have let you go And now you're out of sight, yeah Show me how you want it to be Tell me baby, cause I need to know now Don't doubt my loneliness is killing me And I must confess, I still believe When I'm not with you, I lose my mind Give me a sign Hit me baby, one more time Tschüss Tschüss